Dieses Video gibt Ihnen drei Testfragen, um zu testen, ob Ihre Bank ehrlich ist. Nach diesem Video sind Sie in der Lage, genau zu prüfen, ob Ihre Bank in Ihrem eigenen Interesse handelt oder ob Ihre Bank ein Produktschieber ist, der Ihr Geld mit riskanten Investitionen verbrennt. Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo mit SwissBankingLawyers.com vom Paradeplatz in Zürich. Seien Sie sich bewusst, dass letztlich Ihr Account Manager Ihr Geld betreut und weniger die Bank als Institut. Es kommt immer darauf an, wen Sie vor sich haben. Anstatt im Interesse des Kunden zu handeln, versuchen viele Banker, ihren Bonus aufzubestern und ihren Bonus zu erhöhen. Es ist sehr wichtig zu wissen, ob Sie einen vertrauenswürdigen Berater haben, einen Senior Banker vor sich haben oder einen Verkäufer, nämlich einen Product Pusher. Um die Kickbacks zu verbergen, werden Vermögenswerte oft in komplexer und unüberschaubarer, in verschachtelter Weise versteckt. Ausgeklügelte, exotische und riskante Anlageprodukte sind geeignet, beträchtliche Provisionen, Retrozessionen und Kickbacks zu generieren. Die Schweiz verfügt über die besten Vermögensverwalter der Welt. Vergessen Sie nicht, 30% der Assets werden hier verwaltet in der Schweiz. Um Zugang zu hochwertigen Investitionsprodukten zu erhalten, ist es entscheidend, dass Sie nur mit professionellen, erfahrenen und ehrlichen Beratern und Bankern arbeiten. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Finanzprodukte das Ergebnis eines abgestimmten Beratungsprozesses sind. Taylor-Made-Solutions sind hier gefragt. Sie brauchen eine Führung durch den dichten Dschungel der Finanzprodukte. Sonst ist Ihr Geld weg. Und zwar sehr schnell. Das kann sehr schnell gehen. Sehr häufig kommen Opfer falscher Beratungen zu mir, wenn es schon zu spät ist, die einen grossen Teil Ihres Vermögens verloren haben, vernichtet haben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Im vergangenen Monat hatte ich einen griechischen Investor. Der Mann hatte sage und schreibe 28 Millionen Euro allein mit strukturierten Produkten in den Sand gesetzt. Ein enormes Vermögen. Es war ein Räder. Ich habe einen Bekannten, der ist Richter am Handelsgericht des Kantons Zürich. Aufgrund der hohen Risiken mit den strukturierten Produkten fordert dieser Richter ein Verbot von strukturierten Produkten für Privatpersonen. Also er geht so weit, dass er sagt, das sollte man verbieten. Seien Sie direkt und fragen Sie Ihren Banker gerade aus, ob er als Berater oder als Verkäufer fungiert. Zögern Sie nicht, diese Frage zu stellen. Viele Banken haben ausgewählte Finanzprodukte auf den hauseigenen Empfehlungslisten. Sie haben eine interne Empfehlungsliste. Fragen Sie Ihren Banker. Er soll Ihnen das Produkt auf der internen Empfehlungsliste der Bank zeigen. Er soll Ihnen zeigen, wo ist das Produkt auf der Empfehlungsliste. Stellen Sie Fragen, bis Sie das Produkt vollständig und hundertprozentig verstehen. Schämen Sie sich nicht. Keine falsche Scheu vor zu vielen Fragen beim Beratungsgespräch. Lieber einmal mehr fragen als einmal zu wenig, wenn es um Ihr Geld geht. Sie müssen fragen. Scheuen Sie sich nicht. Viele Leute scheuen sich zu fragen. Investieren Sie ausschliesslich in Produkte, die Sie vollständig verstehen. Und zwar vollständig, alles verstehen. Seien Sie nicht gierig. Wenn die Performance sehr hoch ist, ist erfahrungsgemäss das Risiko nicht angemessen. Eben auch sehr hoch. Solche Produkte können für erfahrene oder qualifizierte Anleger mit ausreichender Risikofähigkeit, mit ausreichender Risikobereitschaft, Risikowilligkeit etc. und Risikotoleranz geeignet sein für diese Leute. Aber sind sie für Sie geeignet, diese Produkte? Gehen Sie auf Nummer sicher und profitieren Sie jetzt von einem 30-jährigen Erfahrungsschatz. 30 Jahre Berufserfahrung. Als ehemaliger CEO des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter, dem VSV, kenne ich die Sonnen- und die Schattenseiten der Branche. Sollten Sie Zweifel haben, ob Ihr Berater der Richtige ist, dann müssen Sie nicht zögern, sondern jetzt sofort zum Hörer greifen. Ich gebe Ihnen eine Second Opinion. Beim Arzt nehmen Sie auch Second Opinion 1. Wieso nicht, wenn es um Ihr Geld geht? Zusätzlich kann ich Ihnen einen meiner langjährigen professionellen Berater auch vorstellen, der Ihre Bedürfnisse zu Ihrer vollsten Zufriedenheit bedient. Ein Berater mit einem Track-Rekord, einem professionellen Berater. Wählen Sie jetzt 0041 44 212 44 04, bevor es zu schät ist. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das war's! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.